wir gucken eine sache da habe ich so bock drauf weil ich jetzt essen muss leute ich konnte nicht essen weil ich alles aufbauen musste weil hier die leute vom event mein ganz setup zerstört haben das lied ist gerade vorbei jetzt kann ich's muten gehen wir rein in die besten warzone clips ich liebe diesen kanal daily warzone moments könnt ihr auch abonnieren wenn ihr möchte da werdet aber schaut lieber bei mir abonniert den kanal nicht saufa nähere jump mir rein ich esse während dessen wir schauen entspannt das video ist die besten clips aber auch die lustigsten was ist das denn was ist das so komplett geleckt bro aber warum ist sein zu weiß auf einmal warum ist die quali so schlecht bei den aufnahmen ja das ist der klassiker heli wird von der heli wird einfach zerstört von dem luther den typen seht wie viel was hat er bitte auf seinem clip drauf das neue perk ist echt schwachsinnig ja das hier guckt man kann durch die waren leute anschließen und dann sieht man sie man hat einfach im wall hey das ist so lächerlich ist wirklich so lächerlich mal sehen was emily hier macht warum ist die quali so schlecht auch verläuft alter das kann auch nur von emily kommen ich werde gebannt weil wenn es ein günther wäre ich nicht gebannt aber durch emily werde ich gebannt so lächerlich sind die besten clips einfach nicht auch lustige clips oder ja hier hä worauf ist er gestorben nein der wollte ihn ab oh mein gott das autosound der autosound ist so cool einfach kurz mal umgebracht dieses auto ist nur das geräusch hört nur das geräusch ich habe übrigens gerade so schlimm flashbacks weil das letzte mal als ich so über die clips gelacht habe wurde ich fünf minuten später so hart gebannt von wo ist er da umgegangen durch die wand ja dieser bug ist immer noch da digga er meldet ihn was doch meldet er ihn das ist halt der bug dass man die leute da durchsieht oder bin ich gerade lost den bug gibt es doch seit ewigkeiten oder dass man die leute halt da durchsieht und er meldet den einfach wegen exploit das ist normal der ist so salty guck mal er sagt auch nichts er sagt nichts guck mal wie eklig digga man sieht den benkyo noch im bild alter guck mal der hat sogar schon bandana wie ich auch früher hier der hat mein bandana schon auf und zeigt auch noch sein scuff controller oder ne das ist nicht ein scuff aber der paddelt unten mit der controller cam digga er zockt aber trotzdem claw sobald ich das sehen kann macht scampi ja auch das ist ja das spieler wird ja perfekt ja dankeschön ja dankeschön hä hä was war das denn ihr müsst seinen blick sehen ist auch wieder verdeckt durch meine kerne warte da habe ich ja ein schlaues tool für nein ich habe gechokt jetzt habe ich nur den hier er ist so schockiert einfach montefurz drauf weiter gehts ja ja digga digga money can't buy happiness but i've never seen an angry person on a wave runner so oft schon passieren mit meinem squad ja perfekt bro das hättest du dir aber auch denken können oh 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 uuuuuh wie viel beute geld in letzter zeit gespielt wurde ne zumindest in den clips auch na uuh 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 wie eklig er lacht spielt das wasi kashi oder wie das heißt jetzt sind die nunchakos ne ja bro uuh 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 das kann man sich doch denken lass den typen doch da liegen alter oh so ne quali ist geil alter das sieht aus wie ein neues game mit den farben ja perfekt und der win und der win ne ich sehe es jetzt schon er bleibt irgendwo hängen oder er bleibt irgendwo hängen ne oh das ist satisfying alter oh ich liebe das Mike yo yo bro und er holt den kill ja die koch digger ja perfekt pfft 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 bro als ob er es mit den nunchakos macht nein 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 sein schild hat ihn kurz geschützt habt ihr es gehört? das ganze team er zieht es einfach durch er zieht es durch auf einmal haben wir die beste quali der welle oh 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 hä? Er wird sterben durch den Lowdown, ja, das war klar, aber der ist daneben, der ist übel daneben gekommen, irgendwie, ne, voll neben dieser roten, roten Signalschicht, ja, der fliegt, ja, perfekt, du fliegst einfach, wirklich, die Sounds in MW sind das, was ich am geilsten finde, ich habe übrigens wieder mein Knie gestoßt, es tut absolut weh, Erstmal der Helis, den hört man kurz bevor es explodiert, ich muss einfach lachen, und man hört nur so Bro, er fliegt auch so weiter, einfach, guck, er hat gerade seinen Fallschirm gezündet, er so, ja, oh, man, Digga Hä? Hä? Ja. Ja, perfekt. Ja, okay. Ah, nice. Mhm. Oh Gott. Den Heli dort holen ist es. Ja, perfekt. Aber Mini-Terry warten wirklich immer die gottlosen Menschen. Nein. Oh nein. Oh nein, er ist so nervös. Nein. 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 Also, Digga, das ist ja so gottlos. Man denkt, es ist ein Einsatzschild und dann auf einmal kommt so ein ganzes SWAT-Kommando. Ich sag nur eins, Leute. Wenn du in Bayern drei Gramm dabei hast. Es ist halt einfach so. Der Typ mal wieder. Mal gucken, ob er jetzt ihn wieder meldet. Dieses Perk ist so lächerlich. Ich bin natürlich sehr, ich bin entschuldige. Er klingt wie ein ekliger Sweater. Leute, was steht hinter ihm? So gruselig, Digga. Wirklich? Seht ihr da jemanden? Nein. Ich seh da niemanden. Doch. Oder? Doch. Schaut genau hin. Genau da. Jetzt. Habt ihr's gesehen? Der Typ war genau. Er ist so schockiert. Er hat sich sogar erschrocken. Guck mal, wie er sich erschrocken hat. Er ist genau vor seinem Ironside gewesen. Ja, unlucky. Das ist unlucky. Digga, nein. Warum macht man sowas? Warum? Wie er so reingekommen ist. Let's go. Er so, los, los. Oh mein Gott. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017